Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmeer-Kanal. Leute, heute mit einem neuen... Wartet, wartet, wartet. Eine Sache. Ich war letztens beim Zahnarzt und er sagte zu mir, Karan, öfters Zähneputzen. Und da dachte ich mir, wie kann mir denn das Zähneputzen noch mehr Spaß machen? Vielleicht mit einem neuen Zahnpasta-Spender. Ja, Leute, wir haben einen neuen Zahnpasta-Spender. Und diesmal ist es eine Kuh... Muuuuh. Ich wollte gerade schon Katzengeräusch machen. Fragt mich nicht, wieso. So, heute mit einem neuen Zahnpasta-Spender. Da haben wir in letzter Zeit ja einige vorgestellt. Deswegen führen wir das jetzt auch noch mal ein bisschen fort. Den haben wir von Amazon. Und das ist so ein Zahnpasta-Automat schon fast. Weil das kommt da automatisch raus. Ja, ganz automatisch vielleicht nicht. Ist von SF Creative Life. Lazy Automatic Ocu... Seizing Toothpaste Device. Okay, sehr komplizierter Name. Sponge Baby. Wir packen das Ding mal aus. Und wir sehen eine Kuh. Und die macht Muuu. Und das ist Kuh. Ja, okay. Das hat nicht mehr gepasst. Packen wir das Ding mal aus. So, wir sehen hier... Oh, ist schon ein bisschen was auseinandergegangen. Ist aber nicht so schlimm. Diesen... Diese Mechanik hier kennen wir. Das kommt wahrscheinlich einfach hier vor. Gehe ich mal davon aus. So. Was haben wir denn hier? Kommt das hier ran? Ich glaube, ja. Kann das sein? Oh! Da steht ja. Aber das muss dann hier hinten irgendwo dran. Genau. Und das kommt einfach wirklich hier so hinten. Und dann klebt ihr das ganz einfach hier abziehen. Und dann wird das an die Wand geklebt. Machen wir jetzt hier mal nicht. Sondern ich zeige euch das einfach so. Hier kommt die Zahnpasta rein. Das können wir einmal machen. Wir haben natürlich wieder mal unsere Zahnpasta hier. Kommt hier, glaube ich, rein. Obwohl... Wow, 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 wow. Ich habe das Gefühl, hier passt unsere Zahnpasta... Also unsere Zahnpastaöffnung scheint ein bisschen zu groß zu sein. Dann kommt da vielleicht jetzt einfach ein bisschen Zahnpasta rein. Sondern versuchen wir das mal mit der Zahnbürste hier, Leute. Einfach hier gegen drücken. Ich glaube, so einfach wird das bei dem nicht gehen. Deswegen versuchen wir das nochmal von hier oben. Wie war das so fast drinnen? So. So versuchen wir mal jetzt nochmal. Ja, das klappt. Oh, sogar sehr, sehr gut. Da kommt sogar einiges raus, Leute. Schaut euch das mal an. Kommt sehr viel, sehr schnell raus. Seht ihr? Wow, wow, wow. Das klappt sogar richtig gut. Und wenn wir das dann jetzt an die Wand noch kleben würden, noch besser. Leute! Kuh-Zahnpasta-Spender. Vielleicht was für euch. Gibt es natürlich, glaube ich, noch mit anderen Tierchen. Ich glaube, einen haben wir sogar noch in Reserve da. Was sagt ihr dazu? Zu der Kuh hier? Zum Zahnpasta-Automaten mit der Kuh. Das funktioniert ja ohne Probleme. Das ist aber eine Sauerei. Oder Kuherei. Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefällt. Gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefällt, wenn es euch nicht gefällt. Daumen hoch, wenn es euch nicht gefällt. Daumen hoch, wenn es euch nicht gefällt. Lass doch ein Abo da. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Leute! Ciao! Und abonnieren, Glocke aktivieren. Ciao! Euer Kahn.